Der Zusteller bezeichnet eine Fachkraft für die Briefzustellung, Kurier, Express und weitere Postdienstleistungen. Die Deutsche Post AG nennt sie Zusteller für die Brief- und Verbundzustellung. Andere Bezeichnungen sind Brief- und Paketzusteller, Paketbote, Postbote oder Briefträger. In Österreich und Süddeutschland ist die Bezeichnung Postler und in der Schweiz Postler geläufig. Die Deutsche Post beschäftigt 80.001 Zusteller für 54.200 Zustellbezirke in Deutschland, die rund 71 Millionen Briefe in 43 Millionen deutsche Haushalte verteilen. Neben der Deutschen Post sind in Deutschland auch einige bundesweite und zahlreiche regionale Postdienstleister aktiv. Als Zusteller im weiteren Sinne werden auch Verteiler von Werbeprospekten, Tages- und Wochenzeitungen und abonnierten Zeitschriften an Haushalte bezeichnet. Geschichte Früher war der Zusteller überwiegend ein Beamter der Postbehörde. In der Regel trug er während des Dienstes eine Uniform. Heute ist er zumeist bei einem Logistik- bzw. Postunternehmen angestellt. Ihre Erfahrungen mit den ausschließlichen Zeitungszustellern für Printmedien versuchen Zeitungsverlage seit der Lockerung des Briefmonopols verstärkt, für die Briefzustellung in ihrem Verbreitungsgebiet zu nutzen. Zusteller können darüber hinaus auch als Geldbriefträger eingesetzt werden. Ab 1999 baute die Deutsche Post AG rund 33.500 Vollzeitarbeitsplätze ab, während sämtliche neun Briefdienstleister zusammengenommen ca. 45.000 Menschen beschäftigen überwiegend als Minijobber. Die Post fürchtet gegebenenfalls, weitere bis zu 32.000 Jobs zu verlieren, während immer mehr private Firmen in Deutschland Stücklohn d.h. je nach Aufkommen gar keinen Lohn zahlen. Seit der Teillöffnung des Postmonopols in Deutschland 1998 vergab die zuständige Bundesnetzagentur rund 1.000 Lizenzen. Sie prüfte bis Ende 2007 die Arbeits- und Lohnbedingungen der neun Briefdienstleister. Ende 2007 liefe das Briefmonopol endgültig aus. Die Gewerkschaft Pferd, die einigte sich mit der Deutschen Post auf einen Mindestlohn von 9,80 Euro für Briefzusteller im Westen und 9 Euro im Osten. Aufgaben Die meisten Zusteller sortieren während ungefähr eines Viertels ihrer täglichen Arbeitszeit im Zustellstützpunkt früher Postamt die Post vor, oder bekommen diese zum Teil oder ganz im Briefzentrum oder Vorbereitungszentrum vorsortiert. Sie stecken die Briefe und Postsendungen in einem speziellen Briefsortiertisch in der richtigen Reihenfolge ihrer Gangfolge und liefern diese anschließend an die Empfänger aus. Stellt ein Zusteller nur Sendungen zu ohne diese selbst vorzubereiten, nennt man diesen TVZ-Zusteller. Diese bekommen ihre Sendungen fertig sortiert aus einem Vorbereitungszentrum oder von einem anderen Kollegen der zwei Bezirke vorbereitet aber nur einen zustellt. Fällt dem Zusteller zusätzlich zur Briefzustellung auch die Aufgabe der Paketzustellung zu, nennt man diesen einen Verbundzusteller, der auch freigemachte Frachtsendungen während der Zustellung zur Weitersendung annimmt. In ländlichen Bereichen erledigen die Zusteller zudem häufig Funktionen des Postservice, wie die Ein- und Auszahlung von Postbankguthaben und werden dann als MOPS bezeichnet. Bei der Bundespost hießen diese Zusteller Landzusteller. Ein MOPS nimmt auch Postsendungen an, verkauft Briefmarken und bietet weitere Postdienstleistungen. In vielen Zustellbezirken gibt es entlang der Auslieferungsstrecke Postablagestellen. Diese befinden sich teilweise in Postablagekästen, welche rein äußerlich Telefonverteilerkästen ähneln. In diesen Ablagen werden Postsendungen für Fuß- und Fahrradzusteller zwischengelagert. Denn in der Regel stellt ein Zusteller am Tag wesentlich mehr Sendungen zu, als man auf einmal auf ein Fahrrad- oder eine Handkar laden, geschweige denn tragen, könnte. Nun sind entlang der Zustelltour solche Ablagestellen eingerichtet und wenn die Post morgens nach Gangfolge sortiert und fertig abgepackt ist, werden die einzelnen Teilstücke von einem Fahrer auf die entsprechenden Ablagestellen entlang der Zustellrouten verteilt. Dabei ist es wichtig, dass die frühen Kästen vom Fahrer auch entsprechend zuerst bestückt werden und natürlich, dass immer das richtige Teilstück im richtigen Kasten landet. Weniger bekannt ist die Aufgabe des Zustellers Briefmarken auf ihre Entwertung hinzuprüfen. Sollte das Postwertzeichen nicht mit einem Poststempel entwertet worden sein, so wird dieses vom Zusteller nachträglich erledigt. Dies geschieht zumeistern schriftlich per Kugelschreiber, Bleistift und Buntstift, aber auch mit einem extra dafür vorgesehenen Stempel. Hierfür werden meist blaue oder schwarze Farben verwendet. Der Zusteller trägt in der Regel eine Unternehmensbekleidung. Mobilität Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Zusteller, sich innerhalb ihres Zustellbezirkes zu bewegen. Die bekanntesten sind wohl zu Fuß mit Zustellwagen, per Postfahrrad, per Moped oder Motorroller, mit dem PKW oder mit dem Kleintransporter. Welches Transportmittel gewählt wird, hängt davon ab, wohin die Postsendungen sollen und ob es Briefe, Päckchen oder Pakete sind. In einer Großstadt ist es zum Beispiel sinnvoller, mit dem Fahrrad zu fahren, um lästige Staus zu umgehen. Dies gilt auch für kleinere Städte und Gemeinden mit viel befahrenen Straßen. In bestimmten Gebieten sind weitere Beförderungsarten notwendig. So sind einige Postzusteller im Schwarzwald beispielsweise im Winter mit Langlaufskiern ausgerüstet. Im Spreewald wird die Post per Postkahn, auf die Zugspitze per Seilbahngondel und auf die Halligen im nordfriesischen Wattenmeer je nach Hallig und Tide per Postschiff, Wattwagen oder Lore zugestellt. Der einzige Haushalt auf der Hallig Süderoog wird mehrmals von einem Wattzusteller über einen 15 Kilometer langen Wattweg zu Fuß bedient. Um das Jahr 1900 waren sportliche Zusteller auch mit Schlittschuhen im Winter auf zugefrorenen Gewässern unterwegs. Paketzusteller sind mit einem Handscanner unterwegs, auf dem der Empfänger mit seiner Unterschrift den Erhalt des Pakets bestätigen muss. Den reinen Briefzusteller, der nur Briefe oder Kataloge bringt, setzen heutzutage nur noch Zustellbezirke ein, bei denen die Zusteller mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind und daher keine Pakete befördern können. Zusteller, die Briefe und Pakete zustellen, nennt man Verbundzusteller. Zugriff auf Briefkasten In manchen älteren Mehrfamilienhäusern sind die Briefkästen nur mit einem Haustürschlüssel erreichbar. Erste das Gebäude mit einem sogenannten Postschloss ausgerüstet, hat der Zusteller mit einem Generalschlüssel darauf Zugriff. Ansonsten braucht er den Hausschlüssel, der vom Besitzer der Objekte zur Verfügung gestellt wird. Dies gilt sowohl für die Zusteller der Deutschen Post wie auch für die anderen Zusteller. Laut einem Gerichtsurteil hat ein Mieter Anspruch auf zusätzliche Haustürschlüssel für den Briefzusteller und Zeitungsboten. Viel Atelier Die verschiedenen Arten der Zustellungsmöglichkeiten sind auch des öfteren Anlass, entsprechende Briefmarken herauszugeben. Briefbote im 15. Jahrhundert auf einer Zuschlagmarke von 1989 Der Brief im Wandel von 5 Jahrhunderten Nürnberger Bote um 1700 Darstellung auf einer ungarischen Dauermarke von 1964 Die Briefträger sind ein äußerst beliebtes Motiv in der Kunst, Musik, Literatur oder im Film. Franz Schubert erwähnt an einigen Stellen in seinen Liedern den Postboten. Die Post bringt keinen Brief für dich. Was schlägst du denn so wunderlich, mein Herz? In Carl Sellers Operette der Vogelhändler von 1891 ist die Braut des Protagonisten Adam eine gewisse Christel von der Post. Unter diesem Titel wurde auch 1956 von Carl Anton ein Heimatfilm gedreht. Die Marvlettes baten 1961 beispielsweise mit Pliesem R. Postmen ihren Postboten eine Minute zu warten und dabei nochmal nachzusehen, ob er nicht doch noch einen Brief von ihm in seiner Tasche hat. Dieser Titel wurde später von den Beatles und den Carpenters gecavert. Briefträger als wichtige Figuren der Handlung tauchen in zahlreichen Romanen oder Erzählungen auf. Charles Bukowski verarbeitete eigene Erinnerungen im Roman Der Mann mit der Ledertasche. Alois Brandstetter wird mit einem niederbayerischen Briefträger seinen Roman zulasten der Briefträger, der 1992 auch als Theaterstück am Wiener Schwedenplatz seine Uraufführung erlebte. James M. Kein Wenn der Postmann zweimal klingelt, wobei im Buch kein Postmann vorkommt. Elvis Presley mit dem Titel Return to Sender Film Wenn der Postmann zweimal klingelt Film Postman von Kevin Kostner nach dem gleichnamigen Roman von David Brinn Film Briefträger Müller Deutscher Spielfilm von 1953 mit Heinz Ruhmann Gisela Mayen Regie John Reinhardt Film Schule der Briefträger Kurzfilm von Jacques Tati 1947 Film Tatis Schützenfest Spielfilm von Jacques Tati 1949 Bekannte Briefträger Einer der bekanntesten Zusteller in Deutschland war der Geldbriefträger Walter Sparbier aus der ZDF Sendung Vergiss mein nicht. Der Fußball-Europa-Pokalsieger Jürgen Groh war vor und nach seiner Zeit als Profizusteller bei der Bundespost und Post AG. Der zweimalige Weltmeister im Ringen Adolf Seger war 40 Jahre als Briefträger bei der Deutschen Post tätig. Abraham Lincoln war Posthalter und Briefträger in New Salem. Der Olympiasieger im Eisschnelllaufen Pete Kleine war in seiner niederländischen Heimat Briefträger. Der fünfmalige Radweltmeister Gabi Minibu war neben seinem Sport auch weiterhin in seinem Beruf als Briefträger tätig, weshalb er der fliegende Postbote genannt wurde. Der in Deutschland geborene US-Schriftsteller Charles Bukowski war vor seinem Durchbruch als Autor in seiner Heimat Briefträger. Auch Rock Hudson war vor seiner Karriere als Schauspieler-Zusteller. Schutzpatron Schutzpatron der Zusteller ist der Erzengel Gabriel. Verschiedenes Im Mittelalter wurde die Post teilweise von fahrenden Metzgern zugestellt, siehe Metzgerpost.